Die MBM Industry & Railtag in Burckersdorf wurde 1990 gegründet und ist ein hochspezialisierter Nischenplayer in den Bereichen Magnet, Bahn und Messtechnik. Seit 2009 werden auch Sandungsanlagen für Schienenfahrzeuge entwickelt, hergestellt und vertrieben. Innovation MBM Railgrip – Sandmaus Dual Moderne Schienenfahrzeuge sind mit Sandstreusystemen ausgestattet, mit denen die Reibung zwischen Rad und Schiene nach Bedarf erhöht werden kann. Dies ist speziell im städtischen Bereich wichtig, wo Straßenbahn und Auto die gleiche Verkehrsfläche benutzen. Der gegenüber Autos längere Bremsweg von Straßenbahnen wird durch die Sandungsanlagen wesentlich verkürzt. Diese Anlagen verbrauchen jedoch hunderte Tonnen an Quarzsand, der beim Überrollen zu gesundheitsschädlichem Feinstaub zerrieben wird. Bei der Sandmaus von MBM wird der Quarzsand durch Aluminiumoxid ersetzt, das zudem höhere Reibwerte besitzt. So sind nur mehr 10% der bisherigen Menge nötig, um die gleiche Bremswirkung zu erzielen. Was ist der größte Vorteil dieser Innovation? Die MBM Sandmaus Dual macht Schienenfahrzeuge feinstaubfrei.